Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Vorschau und heute schauen wir uns den März 2024 an und der bringt einige qualitative Umschwünge mit sich, denn wir hatten ja oder wir haben jetzt gerade noch dieses extrem Uranische, dieses Aufstreben der persönlichen Planeten mit der Venus und dem Mars immer noch im Wassermann, während die Sonne jetzt schon in das Fischezeichen reingewandert ist und es wird ein qualitativer Umschwung, es wird eine qualitative Veränderung im März geben. Vielleicht hast du es gemerkt, du warst das letzte Monat oder bist jetzt auch noch ein bisschen gestresst, aufgekratzt, 100 Türen gehen auf, hunderte Termine sind wahrzunehmen, ganz vieles zu erledigen und das ist eben so diese Uranuszeit, es gehen Chancen auf, es tun sich neue Möglichkeiten. Aber natürlich, es ist auch immer so diese Gratwanderung zur Überforderung, die ist da noch gegeben und das wird sich jetzt im Laufe des Märzes ändern. Der März bringt natürlich mit dem 20. März auch den Frühlingsbeginn, das schauen wir uns dann extra noch einmal an. Also da wird alles natürlich wieder ein bisschen leichter, die Zeit wird noch einmal dynamischer geladen, aber auch vielleicht ein bisschen hoffnungsvoller, ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Aufbruchszeit. Also schauen wir mal, was das so bringt und wie die Qualitäten sind. Mit der Fische Sonne, wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, so im März, haben wir gleich zu Beginn noch einmal so die Konjunktion mit dem Saturn, aber auch dem Merkur auf, das Sonne und das alles im Fische Zeichen. Das bedeutet einfach, dass die Energie, Fische ist ja immer so das Traumhafte, die Auflösung, die ein bisschen so diese Schwächung auch von Dingen, dass wir vielleicht ein bisschen vergesslich sind, dass wir Dinge verlegen, dass wir Konzentrationsmängel haben, aber auch natürlich, dass uns die Energie fehlt, dass wir ein bisschen müde sind, nicht ganz so ausdrucksstark wie erwartet, aber auch im Positiven, dass wir ganz viele neue Ideen, Strukturen, Gedanken haben, die uns jetzt so quasi inspirieren. Das heißt, von einer jenseitigen Ebene, also dem Fischen kommt eine Inspiration her, wo wir auch sagen, okay, ganz klar, so könnte man jetzt weitermachen und da gibt es neue Wege zu beschreiten. Also du kannst dir das mal so vorstellen, dass da wirklich vom Jenseitigen eine Inspiration auch auf dich zukommt, vom Spirituellen, vom Geistigen, wenn du so möchtest. Also das ist so diese andere Interpretation, neben natürlich schon dieser Müdigkeit, dieser Frühjahrsmüdigkeit, die jetzt vielleicht schon beginnt, obwohl ja noch gar nicht so wirklich Frühling ist. Also das könnte schon mal sein in dieser Konstellation. Wir haben natürlich immer noch den Pluto im Wassermann, da stelle ich dir dann nochmal einen Teil eines Vortrags rauf, etwas später diese Woche, wo natürlich schon so diese Verstärkung, diese transformative Energie des Pluto da auch spürbar ist, aber das ist jetzt so auf der persönlichen Ebene noch nicht so tragend, weil der Pluto ja so langsam läuft. Also es gibt ja die Unterscheidung in der Astrologie zwischen den persönlichen Planeten und den sogenannten Schicksalsplaneten und Pluto ist jetzt so ein Zyklus, das ist ja eine länger dauernde Energie, während die persönlichen Planeten jetzt eher auf dich selber ins Seelenleben einwirken und weniger jetzt so auf das Äußere. Und diese Seelenplaneten wechseln jetzt dann alle nach und nach die Zeichen. Wir haben ja gesagt, so diese uranische Energie mit der Venus, die wir jetzt noch in Uranus haben, Venus Mars, wo dann der schnelle Flirt, was dann noch möglich ist jetzt in dieser Zeit, die wechseln alle so von mit der Zeit jetzt dann in das Fischezeichen. Und zwar wechselt die Venus als erstes so am 11. März so ins Fischezeichen und da wird schon einmal dann diese aufgebrachte Zeit ruhiger und entspannter und am 23. März wechselt dann letzten Endes auch der Mars ins Fischezeichen. Und da wirst du dann merken, dass dann wirklich so diese aufgebrachtheit, dieser innere Stress, diese innere Unruhe, das ist Mars so in Uranus, das ist eine ganz explosive, geladene Zeit, dass es da dann auch wieder ruhiger wird. Also so gegen 23. März rum ist dann auch der Mars draußen und die Venus, diese emotionalen Berg- und Talfahrten, mal geht es mir so, mal geht es mir so, dieses Herausfordernde, das beruhigt sich jetzt dann schon. Am 10. mit dem Eintritt Venus ins Fischezeichen, das dann auch mit dem Neumond zusammenfällt, das schauen wir uns dann auch noch einmal extra in einem Video an. Aber letzten Endes ist das so eine Zeit, wo man wirklich sagt, okay, man möchte ein bisschen träumen, man möchte sich vielleicht auch ein bisschen zurückziehen, man möchte ein bisschen mehr Ruhe und das wird dann auch wieder gelingen, Ruhephasen, positive Ruhephasen einbauen und das wäre da auch ganz, ganz wichtig, weil zu viel Hektik führt, ich sage es immer wieder, auch Unfallgefahr. Also immer aufpassen, bitte unter diesen astrologischen Vorzeichen im März immer wieder aufpassen im Straßenverkehr, bei Bedienung von Maschinen, bei Sport, also bitte immer darauf achten, dass es da jetzt nicht zu irgendwelchen Havarien kommt. Wir haben natürlich dann, wenn wir alle diese persönlichen Planeten so im Fischezeichen haben, auch so die Möglichkeit noch einmal so eines Liebestraums, also das, was jetzt so aufkämpft mit diesem schnellen Flirt, der schnellen Liebe, wo Beziehungen ein bisschen so im Spannungsfeld auch stehen können unter den aktuellen Vorzeichen, wird es im März dann so, dass man da auch noch einmal so diese Vorstellungen, die Träume, die Flirts hat, also da geht es mehr um dieses, um das Bild, um den Traum, den Liebestraum und da geht es wirklich darum, dann auch zu achten, darauf zu achten, was ist konkret, was ist echt und wo verrenne ich mich womöglich in irgendeine Energie hinein. Das heißt, bleibe einfach mit den Beinen klar am Boden und steigere dich nicht in irgendeine Fantasievorstellung rein. Das ist einfach so der Unterschied zwischen etwas Konkreten und der Fantasie. Das ist einfach so, machen wir es ein Beispiel jetzt eines Geldes, machen wir es ein Beispiel von Finanzen. Ich kann von einem Ferrari träumen, aber ein Blick auf den Kontostand wird mir relativ klar zeigen, ist ein Ferrari drin oder nicht. Und genauso kannst du dann auch Beziehungen prüfen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein und das wäre vielleicht schön, aber wie sieht das konkrete Leben aus? Bist du zusammen mit der Person oder nicht? Und das ist dann ganz konkret, ist diese Person jetzt in meinem Leben, auf welche Art und Weise in meinem Leben? Ist das eine Beziehung, so wie ich es mir vorstelle oder nicht? Und das kann man dann eben wirklich so ganz klar überprüfen und dann auch einmal schauen, was sich da so abspielt und was sich da so tut. Von den persönlichen Planeten haben wir dann den Merkur auch am 10.03. und der macht auch einen Wandel durch. Der steht ja jetzt noch im Fischezeichen und der geht dann ab 10. März nach vorne ins Widerzeichen und da bleibt eine Weile. Und Merkur im Widder, da sind Streitigkeiten vorprogrammiert, da ist ein bisschen Stress vorprogrammiert. Da kann es allerdings auch sein, dass ich neue Tätigkeiten angehe, neue Pläne angehe, neue frische Gedanken denke. Auf jeden Fall heißt es da Eile mit Weile und immer cool bleiben und sich nicht zu sehr mitreißen zu lassen. Also am 10.03. da haben wir wirklich so einen Zeichenwechsel, die Venus wechselt dann so und dann auch die Venus wechselt dann eben ins Fischezeichen, aber auch der Mars dann in den Widder. Und da werden wir merken, dass sich das persönliche Bild schon umwandelt. Es könnte auch sein, dass die Bilder, die ich empfangen habe oder die du jetzt empfängst, so bis 10. März, dass die dann konkret in die Tat umgesetzt werden. Das heißt, dass wirklich so, du hast jetzt Ideen vom Geistigen, von der Traumwelt unter Anführungszeichen, von der spirituellen Ebene, von der geistigen Ebene, die sich jetzt langsam reinsetzen und dann ab 10. März kannst du da durchstarten und kannst die wirklich umsetzen auch. Wie gesagt, die Unfallgefahr, nicht zu hektisch sein und vor allem auch Achtung vor Streit, also vor Worten. Da kann es sein, dass man in der Kommunikation Missverständnisse rein hat. Das heißt, alle Dinge klären, lieber nochmal nachfragen, Bevor man im Streit antwortet, noch einmal tief durchatmen, würde ich empfehlen. Einfach mal diese Streitenergie rauskriegen und dann einfach wirklich sagen, okay, wo können wir denn eventuell gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam etwas weiterbringen und nicht als Opposition, als Kontrahenten uns dann da begegnen und eventuell das alles nur in einem Streit, in einem Konflikt lösen. Also Streitkonflikt ist natürlich immer die, nicht die allerbeste, nicht der allerbeste Ratschlag, aber in diesen Zeiten, so wie es jetzt ist dann im März, diese Aufbruchszeiten, da bitte auch noch einmal besonders darauf achten, sich nicht zu verzetteln, sich nicht in irgendwelche Kleinkriege oder irgendwelche Meinungen herein zu steigern. Ein großes Thema, das wir jetzt noch haben, ist, dass der Uranus ja im Stier steht und Uranus ist ja der Zeichenherrscher Wassermann und die Venus steht jetzt momentan Zeichenherrscherin von Stier im Wassermann und da haben wir jetzt dieses Venus-Uranus, diese Wechselkräfte auch noch einmal natürlich verstärkt. Uranus im Stier verwandelt die Materie, bringt Bewegung, bringt eine Luftenergie in diese stierische, in diese Erdenergie und die Venus jetzt als Herrscherin vom Stier in dieser Luftenergie, hilft uns auch diese neue Visionen, neue Bilder zu finden, mit denen wir uns wohlfühlen und da kann es eben sein in dieser Spannungsenergie, in diesem Austausch, dass man da zwischen Venus und Uranus, das heißt neue Liebe, neue Gedankenbilder, die mir entsprechen und auch neue Änderungen in der Materie, im Körperlichen, dass das so ein Spannungsfeld ist jetzt noch, so die nächsten ein, zwei Wochen, dass das so ein Spannungsfeld jetzt einfach ergibt, wo man eben so dieses Neu in Beziehung, Neu in Materie auch noch einmal extrem erlebt, also das ist so ein Wandel einfach, vielleicht in deinem Wohnraum hat es Veränderungen gegeben, vielleicht in deinem Beziehungsleben gibt es Veränderungen, also dass man wirklich sagt, okay, da ändern sich noch einmal, da ändert sich so deine Anschauung von Beziehungen, da ändert sich so dein Zugang zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, also das ist da, das ist da noch einmal so ganz, ganz stark, wo es heißt, okay, es soll etwas neu werden und da haben wir jetzt noch einmal so diesen Höhepunkt, diesen Brennpunkt, diese Energie, bevor die Venus dann wirklich weiter wandert, so ins Fischezeichen. Ja, also da mehr zusammengefasst, die persönlichen Planeten wechseln ihre Qualitäten, wir werden im Innerlichen merken oder du wirst auch im Innerlichen wirklich merken, dass da, dass vieles, was unruhig ist, was in Aufbruch ist, was sich noch nicht ganz hat formen lassen, jetzt endlich einmal setzt, dass es klarer wird, dass es ruhiger wird, dass du das Gefühl hast, es geht, die Energie fokussiert da ein bisschen nach vorne auch und dass, dass vieles, was gesteckt ist, einfach einmal jetzt so im März, jetzt in dieser Frühlingszeit, in Bewegung kommt. Also durchaus kann man sagen, von der inneren Nervosität, von dem Gehetztsein ein bisschen mehr ins, naja, vielleicht ein bisschen mehr in die Klarheit vielleicht ein bisschen mehr ins Tun kommen, vielleicht ein bisschen aktiver auch werden, ja, also du kannst da wirklich Dinge konkreter umsetzen, klarer umsetzen, klarer sehen und nicht nur jeden Tag dich mit 100 neuen Eindrücken und 100 neuen Informationen beschäftigen, die dann auf dich einprasseln. Also durchaus eine, ja, eine immer noch sehr dynamische Energie, aber eine Energie, die dich definitiv etwas mehr zu Atem kommen lässt, als jetzt das letzte Monat. Also ich denke, es wird, es wird gut, es wird spürbar. Ich bin gespannt, was du sagst. Schreib mir auch gerne rein, wie du jetzt in die Kommentare, wie du jetzt so den Februar erlebt hast. Wie war denn diese närrische Zeit, diese Faschingszeit, Anfangsfastenzeit dann für dich? Und dann schauen wir mal, was sich so im März tut. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns demnächst wiedersehen, entweder bei einem persönlichen Termin bei mir in Linz oder auch mal bei einem Kurs. Und ja, hoffentlich demnächst auch online. Und wir sehen uns bald wieder aus dem wunderschönen Linz. Alles Gute, dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Musik 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 Musik